Ich sammle Luzern-Müllansetzungs-Schutz für die Tiere. Um meine Rechnungen zu bezahlen und eine Weiterbildung im Naturschutz zu machen, brauche ich pro Monat 3000 Franken. Ich wäre froh, wenn du mich mit einer Spende von 10 Franken pro Monat unterstützen würdest. In der Videobeschreibung habe ich noch Affiliate-Links verlinkt, über die du mich unterstützen kannst, wenn du dort etwas kaufst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020